hallo und herzlich willkommen zurück zu last train home ich muss mal eben schauen wo wir jetzt eigentlich sind aber ich verstehe das so dass der zug schon dort angekommen ist ja hier haben wir nämlich nichts mehr wobei wir theoretischerweise die beiden hatten wir schon gemacht da hatten wir gehandelt ja eigentlich haben wir alles gemacht was machen konnten wir werden jetzt noch mal versuchen die sache mit dem bahnhof zu erledigen drückt mir die daumen ich habe ja beim letzten mal am ende noch was gesehen was uns vielleicht weiterhelfen kann maul schauen ob es funktioniert so mission starten bringt dich in die nächste region ja das müssen wir natürlich jetzt hier nicht alles noch mal durchschauen das haben wir ja schon gelesen wer die ganze story noch mal vorgelesen bekommen möchte guckt sich das einfach im letzten video an ja viel haben wir nicht aber wir werden sie alle einsetzen das ist das fähigkeit für ausstattung verfügbar okay für jede kampfrolle ausrüstbar erhöht verteidigung beim heilen oder stabilisieren das ist natürlich nicht schlecht wenn ich es richtig verstehe ist das aber auch schon drin und freigeschaltet also klicken wir das jetzt mal an so ja er nimmt es an wenn ich nur extra dann gehen wir mal los was zum major der zug rast mit höchstgeschwindigkeit auf uns zu verdammt die roten wollen uns rahmen legionäre festhalten general morosow ich wusste wir sehen uns wieder sie sind ein lügner und feigling wieso sie zerstören einen zug mit kriegsheim kehren ohne das krieg zwischen unseren nationen herrscht erlauben sie mir sie zu erinnern dass ich in eine wahl ließ major legen sie die waffen nieder und sie können sibirien in frieden durchqueren mehr als fair und das angebot steht immer noch ohne den zug befehlen sie jetzt ihre einheit die kapitulation sie wissen dass ich das nicht tue treu bis zum bitteren ende ich respektiere das möge gott ihrer seele gnädig sein bruder gastik ob man lange soll kommen er muss einen plan haben uns nach wladivostok zu bringen sie haben major gastik ermordet wir können das nicht unbeantwortet lassen ja was übrigens komisch ist das nur zwei leute die in dem in dieser film sequenz drin waren und danach haben auf einmal fünf ich habe es jetzt mal drin gelassen damit ihr alle die ja das immer zum erscheinungsdatum gesehen haben auch euch noch gut daran erinnern können so in der richtung war das euch noch gut daran erinnern können was eigentlich passiert ist der eine müsste sogar mal geheilt werden ja das war die position wo muss ich denn jetzt nein 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 ihr seht uns nicht ihr seht uns nicht ich dachte eigentlich die werden hier oben rechts gewesen jetzt kommen die wieder willst du mich jetzt hier hallo jetzt gehen die nach oben kommen die jetzt wieder wieder wenn ich hier hoch gehe oder das ist ja schlimm verstanden okay ich gehe okay geht klar oder auch nicht okay weil ich in bewegung und jetzt hier rüber oder was ach die laufen da immer im kreis oder was ja moment dann machen wir es anders ähm äh wir können die jetzt gerade gar nicht sehen was kann ich tun wenn unterwegs ist mal nach hier die aufzudecken geh in deckung dahin genau dann haben wir nur noch die zwei heile ich höre ich höre ich höre ich setze dich auch mal dahin das ist verstanden feindlicher beschuss greife an der gehört mir bereit unmöglich verlass dich drauf ja schieß Junge los das kann ich tun so viel dann dazu dass wir uns verstanden unentdeckt da rein schmuggeln so äh heilen du stehst das durch der muss mal dringend geheilt werden und das ist nur ein kratzer ja 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 nicht mit euren kratzern jetzt müssen wir noch ein stück weiter nach rechts da oben habe ich jetzt auch schon wieder patrouillen gesehen befehle mhm ich habe befehle okay ich gehe das problem ist hier rechts waren noch irgendwo welche verstanden ja jawohl moment 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 ja der äh der stellt sich jetzt mal eben dahin so der macht jetzt hier er ist so gut wie tot ja hoffentlich ich bin mir nämlich nicht sicher komm schon komm schon ähm feindkontakt verstanden die sehen ja die leiche nicht ne jawohl okay was kann ich tun gut das hat schon mal gut geklappt in bewegung ich wollte gerade sagen hat er jetzt gerade eine alarme geschlagen ich bin hier schon total gehe in position so ja ihr sollt nicht in position gehen obwohl irgendwie schon wir brauchen gewehrmunition leute holt's dir und dann weiter bin unterwegs okay es tut mir jetzt leid dass ich so leise bin oder hinten ist schon wieder einer verstanden hier sieht mich aber nicht oder wegen der mauer ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen hol dir den stoff schnell und leise rein und wieder raus junge so wir müssen da oben hin feind gesichtet bin unterwegs ist das ein einzelner da oben ein einzelner da laufen jetzt zwei rum jawohl ja 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 ich weiß nicht ob wir uns da durchschleichen können das ist halt das problem wir können uns aber auch nicht mit allen anlegen geh in stellung das ist dann das nächste problem also wir sind gerade mal fünf leute in bewegung verstanden das war eine ganz doofe strecke hier mal gesichtet gehe in stellung jawohl schnapp dir den sanitätskasten so jawohl das problem ist jetzt das waren glaube ich die die so blöd die haben auch noch sterne drauf ich glaube die sind sogar noch besser ich weiß halt nicht ob wir die jetzt wirklich im stealth modus kriegen ich komme gleich zur sache das ist schön erledigen wir das leise genau erledigt ihr das leise bitte ohne gesehen zu werden rechts ist auch noch einer ja 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 das war so klar ja ja das war so klar ja Wie unser ursprünglicher Befehl lautete. Er war für eine Weile in Moskau stationiert und muss einen Plan haben, wie wir hier rauskommen können. Leute, euer Ernst? In Bewegung! Angriff! Falschgesicht! Ich warte! Ja, ich will den doch gerade heilen. Du stehst das durch. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Alter, ist das so schwer? Er hat doch noch gar keine Deku. So. Jetzt erst mal hier. Äh, wo ist der andere? Ich bin bereit! Das ist nur ein Kratzer. Ja? Alter, dein Ernst jetzt? Pass auf. Hier bin ich. Du, eine Granate. Ich hab die Faxen dicke hier. Steff raus und weg damit! Stehe unter Beschuss! Ich hab hier die Faxen dicke. Und du machst jetzt hier weiß was. Heil den jetzt erst mal hier. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber wenn, dann müssen wir auf jeden Fall alle voll, ne? Alle voll da und geheilt sein. So, da hinten sind die vielen Leute. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir zum Zielort kommen. Geht klar. Kommt man da jetzt durch? Ja, da hinten sind die. Ja, weiter, 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 weiter. Oh, sind die... Oh, ist das jetzt dein Ernst, dass der da jetzt dauernd rumläuft? Versuchen wir es mal so. Wo ist Major Gastik? Er ist tot. Das war der Bastard Morozov. Es hat also begonnen. Die Roten verbreiten ihre einzig gültige Wahrheit im Namen der Einheit. Es wird Bürgerkrieg geben. Unser Zug wurde zerstört. Der größte Teil unserer Einheit kam im Zug um. Wir müssen so schnell es geht abreisen. Es gibt noch einen Zug, den wir nehmen können. Hm. 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 Nein, da ist einmal die Maus hier. Irgendwo am Rand und schon, äh... Ich laufe mit denen mal einzeln da drüber. Auf den Kommentaren, okay. Ich gehe. Geht klar. Ich bin bereit. Ach stimmt, ich konnte ja gar nicht wie er... Och, genau. Das habe ich jetzt total vergessen. Da durfte ich ja gar nicht durch. Ich weiß gerade noch nicht, wie wir jetzt da gegangen sind. Okay. Ich meine, hier war das ganz blöd, weil sie irgendwie von zwei Seiten kamen oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, ich gehe. Feind, Kontakt! Wo ist denn der? Verstanden. Ach, da hinten. Die sind auch noch einzeln. Oh. Oh. rechts ist die Glocke. Da kommen dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr, denke ich mal. Ich will es nicht ausprobieren, ne? Aber... Ähm... Wenn du das sagst... Können wir jetzt hier so ein bisschen... Ich gehe. Suche Deckung! In solchen Sachen ist die Hasenfuß-Taktik ja immer ganz gut. Verstanden. Geh in Deckung. Genau, schöne Deckung gehen. Ja, in Bewegung. Wer es findet, darf es behalten. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn ich es finde. So. Jawohl. Gehe in Position. Jawohl. Okay. Geht klar. Feindkontakt. Wechsle die Position. Oh ja, das wäre besser. Das Problem ist halt, wir müssen hier durch. Ja, es fällt halt auf, wenn wir da jetzt so durchlaufen, ne? Von wo kommen die jetzt? Sind die jetzt links im Schatten oder sind die jetzt rechts irgendwo drauf? Was kann ich tun? Ja. Ihr sollt aber alle im Lautlosmodus sein, Leute. Bin unterwegs. Jawohl. Bin unterwegs. Jetzt sind die da hin. Willst du mich jetzt veräppeln? Bereit. Ein bisschen Deckung. Gibt es Befehle? Ja. Einfach abknallen. Das klappt ja mal wieder nicht. Oh, Alter. Ich kümmere mich darum. Nee, das geht so nicht. Die kriegen es einfach nicht hin. Ähm. Ich höre. Werfe Granate. So, Moment. Hä? Ach so, da ist mein zweiter Sammeltücher. Ich dachte gerade schrubben. Du stehst das durch. Ja. Ist ja auch so gar nicht auffällig, wenn hier überall irgendwelche Bomben explodieren, äh, irgendwelche Granaten explodieren, ne? Wechsle die Position. Verstanden. So. In Bewegung. Okay, ich gehe. Sollte da jetzt keiner drin sein? Gehe in Deckung. Geht klar. Hätten wir hier nämlich ganz gut, äh, ganz gut Deckung durch den, durch die Mauer. Das wollte ich sagen. Das große Problem wird jetzt nur werden, ich meine, von zwei Seiten wären da noch irgendwo Leute gewesen. Gehe in Position. Feindkontakt. Feindkontakt. Wir haben es gefunden. Hauptmann Lange hatte recht. Da ist der Zug, der uns nach Vladivostok bringt. Wir sollten so viel Treibstoff wie möglich sammeln, während wir auf den Rest der Legionäre warten, die in Moskau stationiert sind. Ich glaube nicht, dass die Roten darüber glücklich sein werden, dass wir versuchen, ihren Zug zu beschlagnahmen. Diesmal werden sie sich nicht mal die Mühe machen, uns aufzufordern, die Waffen herauszurücken. Bereit. Können wir uns jetzt einfach mal darauf einigen, dass du mal die Klappe hältst und ich hier mal die Leute umbringen kann? Ah. Oh, Verstärkung. Verstärkung ist nicht eingetroffen. Alter, ist das dein Ernst? Welches Arschloch hat jetzt auf den geschossen? Moment, Moment, Moment. Wer kommt jetzt hier von wo? Jetzt macht mich hier doch nicht alle... So, wir müssen da rein, um den Zug zu übernehmen. Aber wir brauchen einen. Am besten einen, der... Ja, ich nehme mal den. Ja, ich nehme mal den. Ja, falsche Taste. Ich weiß, ich weiß. Greif an, greif an. Ja, werfen wir eine Granate da rauf. Das wäre ganz gut. Alle an Bord? Halt! Wo müssen wir hin? Ähm... Das kann ich machen. Ja, genau. Hol den Treibstoff. Feindkontakt. Ich warte. Komm schon, Jungs. Hol die Gewehrmimension. So, gucke ich noch nach da. Hm. Nicht abonniert. Feindkontakt. Ich bin bereit. Geht klar. Sorge Treibstoff für... Oh, nein. Treibstoff für den Zug besorgen. Wollt ihr mich denn verarschen? Oh, jetzt war ich so froh, dass ich hier endlich durch bin. Moment, werf direkt eine Handgranate rein. Granate! Erwarte Befehle. Ich mach das. Feindlicher Beschuss! Alter, du wirst eine Granate werfen. Wirst du nicht zu, was ich sage? Hilfe, Granate! Das Problem wird jetzt natürlich werden, jetzt wo sie mich alle unter Beschuss nehmen, wie soll ich jetzt hier bitte noch Treibstoff finden? Also, das ist jetzt wirklich, äh... Ich mach das! Gehe in Deckung! Also, dümmer ging es jetzt nicht, ganz ehrlich. Ich hab's auch vorher leider nicht gesehen. Jetzt hätte ich unterwegs mal geguckt, ob ich Treibstoff sammeln kann. Moment, ich mach erst mal Pause. Man kann auch hier nicht anzeigen lassen, wo der Treibstoff ist, ne? Oh, das ist doch bescheuert. Mann, ach nein. Jetzt muss ich den da wieder rausnehmen. Ja, komm, wir werden jetzt bei dem Versuch sterben, dass wir jetzt hier... Wärst du mal zu Hause geblieben, Kleiner? Angriff! Ich werfe von mir aus für den Typen noch eine Granate. Das ist mir egal, ey. Ich hab's hier grad so satt. Ja! Ja! Ich hab's hier grad so satt. Och, Mann, äh... Du stehst das durch. Der und... Befehle! Du machst den und schon mal... Das ist nur ein Kratzer. Mehr hab ich nicht. Warte, ist nicht so eine große Reihe. Mehr hab ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Typen jetzt hier alleine stehen lassen kann am Zug, ne? Hallo? Ich bin bereit. Nichts mehr übrig. Nein! Die haben beide nichts mehr. Oh, wollt ihr mich denn... Das ist nur Metall. Die wollen mich wirklich verarschen. Das kann ich machen. Hier ist Treibstoff. Zehn! Ernsthaft! Zehn Treibstoff! Dann hol dir das Metall jetzt auch noch. Das ist mir jetzt alles egal hier. Ah... Hinten liegt einer auf der Lauer. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Oh, 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 ja. Das ist wirklich Feindkontakt. Oh je, oh je. Ähm... Wir müssen noch fünf von den Treibstoffdingern finden. Ihr wollt mich doch... Das kann nix werden. Das kann echt nix werden. Okay, ich gehe. Da ist Treibstoff. Feind gesüchtet! Jawohl! Hä? Oh, bei dem einen Typen. Oh, oh. Jawohl! Hm. Der hat die aber gut weggekriegt. Okay. Natürlich gut, wenn wir auch noch was zum Heilen finden würden, nebenbei bemerkt. Verstanden. Ähm... Ja, da sind nur Eisenmannschienen. Da wird wahrscheinlich nichts sein. In Bewegung. Oh, das ist nicht wahr. Jetzt müssen wir die ganze Strecke nochmal ablaufen, weil ich das nicht mitbekommen habe, dass ich vorher noch genug Treibstoff besorgen muss. Geht, gala. Ich habe jetzt auch zwei Tage nicht mehr gespielt, muss ich jetzt auch dazu sagen. Deswegen habe ich es auch nicht mehr so im Kopf gehabt. Okay, ich gehe. Ich habe mich nicht gesehen. Ihr könnt das nicht verstehen. Oh, vier Stellen. Wo soll ich denn hier noch vier Stellen mit Treibstoff finden? Was ist das hier? Ach, das sind die Außendinien wahrscheinlich, ne? Da kommt man nicht weiter, denke ich mal. Ähm... Jawohl. Hm. Hm. Okay, ich gehe. Okay, die sind jetzt gerade da rum am Laufen. Okay, ich gehe. Feind gesichtet. Alter. Jawohl. Kriege ich denn jetzt hier Treibstoffe auf dieser riesigen Karte? Oh. Gehe in Deckung. Jetzt war ich so froh, dass ich endlich nach da oben durchgekommen bin. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass man halt nicht sehen kann, was wo ist. Also auf der Karte. Oh, das wäre vielleicht nicht so clever, Dreck vor der Nase hier durchzulaufen. Weiß aber auch nicht, ob das da hinten besser ist. Oh, das ist ein bisschen weiter weg. Okay, ich gehe. Das ist nur Stoff. Jetzt bin ich die ganze Strecke wegen Stoff gelaufen, oder was? Oh. Das ist das, was ich meine. Wenn man dann noch nicht mal weiß, lohnt sich das jetzt überhaupt da, diese ganze Strecke zu laufen, oder nicht? Mann, 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 Mann. Da hinten ist... ist auch nur Stoff. Oh, Leute. Echt jetzt. Komme ich da runter? Da runter komme ich, aber... Ich bin mir halt nicht so sicher. Ob das so gut ist hier. Da ist Metall. Na, wer läuft? Wer läuft? Ach, wir haben auch noch Artillerieeinsatz. Ach. Sehe ich ja jetzt erst. Da haben wir auch noch vier von. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir das nicht nur am Zug machen können. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, dass die hier nirgendwo Treibstoff haben, oder? Ich meine, hier, wo wir stehen, ist ja im Prinzip der ganze obere Teil schon abgedeckelt von der Karte. Da müsste der ja eigentlich erkennen, wenn er irgendwo was ist. Was ist denn hier oben an den Gleisen quasi selber? Ach, das ist da, wo unser Zug? Hä? Aus der Ecke kamen wir doch gar nicht. Da kommen wir aber nicht durch. Ja, dann kommt man hier rum. Kommt man hier rum, da kommen wir nicht durch. Oh, ist das blöd. Können wir nicht einfach aus dem alten Zug noch Treibstoff mitbringen? Aber der ist wahrscheinlich komplett explodiert an den Stellen, wo Treibstoff war. Ich meine, vielleicht ist ja irgendwo noch was drin, man weiß es ja nicht. Gibt es auch kein Treibstoff. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Okay, ich gehe. In Bewegung. Toll. Aber genau wo er war, da war jetzt was, ne? Verstanden. Lass uns doch nochmal eben gucken, ja. Aber man... Moment, man kann da aber nicht. Was ist denn da? Ach, Munition. Ich meine, Munition ist auch gut, aber... Ich komme da aber, glaube ich, nicht hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Verbände wären nicht schlecht. Munition, ja gut, Munition bräuchte ich auch. Wäre aber natürlich ganz gut. Wenn wir auch was hätten, was wir, ähm... Verstanden. Äh, womit wir uns heilen können, das wollte ich sagen. Jawohl. Äh, wo ist denn der Typ jetzt? Ja. Ja, da war das, ne? Geh ja los. Ach, der ist da hinten. Och, nie, ne? Stimmt, da komme ich auch nicht hoch. Nein, ich will alle haben. Okay, ich gehe. Oh. In Bewegung. Also, ich war jetzt mega, mega happy darüber, dass es jetzt so toll geklappt hat, ne? Aber jetzt gerade bin ich einfach nur noch so... Äh. Weil, äh. Das kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht sein, dass man hier nirgendwo Munition findet. Wo ist denn der Typ jetzt hier? Äh. Äh. Ne, der war das doch, ne? Ne, mit dem bin ich da hingegangen. Oder hinten. Was ist das denn? Kann man damit irgendwas machen? Hm. Anscheinend nicht. Gehe in Deckung. Ach so, das war jetzt nur... Bin unterwegs. Ich komme gleich zur Sache. Ja, hoffentlich. In Bewegung. Jawohl. Das heißt, ihr könnt auch direkt mal die Handfeuerwaffen mitnehmen. Beziehungsweise nicht Handfeuerwaffen, sondern Munition mitnehmen. So, dann komm mal hier hin. Dann komm mal hier hin. So, Maschinen. Ach so, nimm dich vor feindlichen Fahrzeugen in Acht und nutze leere Fahrzeuge, um die Oberhand zu gewinnen. Okay. Bereit. Wie komme ich da jetzt am besten vorbei? Gehe in Deckung. Ähm. Verstanden. Gehe in Stellung. Da läuft ein Einzelner rum. Ich weiß aber, dass da noch ein zweiter war. Erledigen wir das leise. Feind gesichtet. Auf deinen Befehl. Das können wir nicht leise erledigen, wenn die beiden zusammenstehen. Ach, da ist noch einer. Kurz und schmerzlos. Ja, wenn der andere nicht zurückkommt, ja. Feind, Kontakt. Der ist nicht so dämlich und läuft jetzt von vorne. Ich hatte. Ich höre. In Bewegung. Ach. Dein Ernst jetzt. Oh, du kannst mich mal. Verstanden. Es ist doch nicht normal. Ich wusste auch nicht, ob ich das Ding da jetzt zerstören kann oder was. Stift raus und weg damit. Es muss sein. Es geht um euer Leben, ihr Idioten. Auf dein Kommando. Das ist nur ein Kratzer. Ich bin bereit. Halte an. Befehle. Alles gut, Leute? Jawohl. Ja, heilen können wir ihn ja nicht mehr. Das heißt, wir haben gleich keine Granaten mehr, weil der Typ einfach nicht mehr da ist. Super. Und alles nur, weil wir keinen Benzin finden. Hier ist auch alles nur Munition. Na? Na? Der läuft da rüber. Komm, hol dir das Zeug schnell und leise. Jawohl. Das ist Maschinengewehr-Munition. Das ist ja auch alles schön und gut, aber, ne? Jawohl. Wir finden halt keinen Treibstoff hier. Und das ist nicht gut. Bein gesichtet. Jawohl. Jawohl. Okay, dann haben wir das schon mal. Okay, ich gehe. Ja. Mal schauen. In Bewegung. Was, 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 was steht da? Treibstoff! 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 Wo? Da, Moment. Äh, sagen wir, bitte... Erledigen wir das leise. Oh, sag mir bitte, dass da kein anderer ist. Feind gesichtet. Jawohl. Verstanden. Komm, schnell und leise wieder zurück, Junge. Ja? Äh, drei brauchen wir noch. Das habe ich gerade gesehen. Hier rechts soll noch was sein. Treibstoff. Oh, Treibstoff, Treibstoff. Das heißt, wir müssen da durch. Auf deinen Befehl. Suche Deckung. Gehe in Position. Jawohl. Willkommen schon. In Bewegung. Jetzt will ich doch hoffen, dass du in Bewegung bist. Gehe los. Auf deinen Befehl. So, dann hätten wir 80. Ja, hol dir das jetzt, komm. Ja. In Bewegung. Hä? Wir haben da noch nur 80. Oder haben wir jetzt da gerade ernsthaft 30 von bekommen? Echt jetzt? Feindkontakt. Jawohl. Nein, nein, hier ist keiner. Gehe in Deckung. Ja, nur falls hier rumkommen. Dass ich nicht hoffe. Das Problem ist, wir müssen jetzt da wieder zurück. Ich meine, viel, also weit ist es nicht. Und jetzt lauft, 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 lauft. Auf deinen Befehl. Suche Deckung. Oh, du Idiot, du sollst nicht da hinten rumlaufen. Jawohl. Komm zurück. Los. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. In Bewegung. Gehe los. So, alle da rein, bitte. Du auch. Hallo? Verlassen. Ja. Nein. Nein. Du sollst da raus. Ach so. Nee. Du sollst da hinten hin. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Lass mich jetzt veräppeln. Aussteigen lassen. Ah, okay. Gut, mit H. Hallo? Ja, ich höre. Du sollst immer noch da hinlaufen. Los. Los. Sonst haben wir jetzt hier keinen mehr, ne? Und verlassen. Ich denke schon. Es sind doch alle jetzt genau hier drüben, ne? Ja. Ja, ja. Yes. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, mein Gott. Oh. Deine tapferen und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele erfolgreich abgeschlossen. Puh. Die Roten haben unseren Zug zerstört und Major ganz dick und viele andere getötet. Wir mussten uns den Weg durch die Stadt kämpfen und einen anderen Zug erobern, um den mit langer in Moskau stationierten Legionären die Flucht zu ermöglichen. Wir haben es versucht und geschafft. Nein, nicht Neustarten. Hilfe. Drei Medaillen kann ich, glaube ich, zuweisen. Die sind schon alle befördert hier, oder? Hier, die arme Magdalena. Die ist noch nicht befördert worden. Die können wir mal befördern. Äh. Dann nehmen wir... Haben die da nicht irgendwie was dazu? Ich weiß es nicht. Hier, unsere... Ich meine, Heilung ist ja wichtiger als alles andere, ne? Deswegen befördern wir die beiden auf jeden Fall erstmal. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher... Wer jetzt was ist, beziehungsweise wer jetzt was macht. Das kann man hier auch gar nicht so richtig... Oh, mein Stabsgefreiter. Da steht es nur der Rang, ja. Steht nicht drin, was es ist. Ähm, dann würde ich sagen, die haben alle zwei... Der hier... Die beiden hier sind eigentlich... Achso, ach, da sehe ich es doch. Ach, echt doof. Genau, das ist der mit den Granaten. Ja, vielleicht kriegt er noch was Neues. Dann machen wir das mal so. Keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, was so eine Beförderung jetzt genau ausmacht. Huuuuh. Okay. Das haben wir alles geschafft. Einmal weiter. Einmal verlassen. Ein bittersüßer Abschied. Die bedauerlichen Ereignisse in Moskau haben das Leben von Major Gatzdik und vieler tapferer Legionäre gefordert. Niemals werden wir Morozovs gnadenlosen Angriff vergessen. Allerdings hat das Eintreffen von Hauptmann Langer und seine Einheit die Moral gestärkt. Noch ist nicht alles verloren. Die Reise geht weiter. Nachdem die tschechoslowakische Übergangsregierung von Major Gatzdiks Ableben erfahren hat, wurdest du vom Hauptmann zum Major befördert. So hattest du dir den Aufstieg bei der Armee zwar nicht vorgestellt, aber so laufen die Dinge nun mal. Die Verantwortung, die Soldaten nach Vladivostok zu bringen, liegt nun plötzlich schwer auf deinen Schultern. Die Soldaten haben dich als neuen Anführer akzeptiert, aber Hauptmann Langer schien etwas fassungslos. Aber da Major Gatzdik Langers Ratschlägen vertraut hat, wirst du es auch tun. Ja, Aufgabe abgeschlossen. Sturm am Horizont. Das sind die Soldaten, die Moskau zu uns gestoßen sind. Das ist schön. So viele sind das? Oh. Wow. Okay. Äh. Weil wir eine Berufsarmee ohne klares Treuebündnis darstellten. Sie wollten uns entwaffnen, inhaftieren und bei Widerstand töten. Aber wir hatten an den blutigen Auseinandersetzungen dieses fremden Landes gar kein Interesse. Wir wollten nur eine sichere Ausreise aus Russland. In unsere neue Republik. In unsere Heimat. Und tatsächlich, unser Befehl lautete, fahrt mit dem Zug nach Wladiwostok und tretet die Heimreise an Bord eines Schiffes an. Zu meiner Überraschung wurde ich nicht aufgefordert, den Einsatz zu leiten. Trotz meiner Kampferfahrung. Ich sollte stattdessen nur Berater und Adjutant unseres Kommandanten sein. Das war ein Skandal. Aber damals hatte ich keine triftigen Gründe, die Übergangsregierung in Frage zu stellen. Nur mit knapper Not entkamen wir Moskau lebend und konnten einen gepanzerten Zug für unsere lange und gefährliche Reise sichern. Und das ist das Ende von Kapitel 1. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Will you lead us? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.